Ein Pionier muss für mich mutig sein. Ein Pionier ist in einer Vorreiterrolle. Viele kennen es wahrscheinlich aus der Rallyewelt, das sogenannte IVG-Gelände. Und da kann man den Opel Corsa E-Rallye jetzt auf Herz und Nieren testen. Opel wird elektrisch. Mit dem Corsa E-Rallye zeigen wir, dass diese Serien-Technologie stark und gut genug ist, sie im Rallye-Sport einzusetzen.